Ich möchte Sie alle recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Wittburger Vokalfinale 2016. Und ich bedanke mich bei den beiden Trainern, Thomas Kaczmarek und Uwe Koschinach, dass sie noch hier zu uns gekommen sind, sowie natürlich FN-Vizepräsident Hans-Christian Olten. Und erstmal herzlichen Glückwunsch, Tomek. Zum Sieg, 7 zu 6 war ja, haben wir dann doch eine knappe Geschichte. Dein Eindruck, dein Rückblick aufs Spiel. Ja, guten Tag zusammen, oder guten Abend. Es ist mittlerweile ein bisschen später geworden. Zum einen, oder als allererstes Kompliment an die Fortuna und Glückwunsch zu einem großartigen Spiel. Ich glaube, dass hier sich zwei Mannschaften begegnet sind, die unbedingt diesen Pokal gewinnen wollten. Man konnte sehen, wie viel Persönlichkeit und wie viel Wille in beiden Teams gesteckt hat und wie sehr Spieler heute hier nach einer langen Saison am Zahnfleisch gegangen sind und immer weiter marschiert sind, dass das als allererstes ansonsten zum reinen Spiel. Ich glaube, dass wir die ersten 10, 15 Minuten Schwierigkeiten hatten, dass wir noch keinen Zugriff hatten auf die gesamten, auf Aktionen der Fortuna zu viele einfache Standards hergegeben haben. Ich glaube, dass wir dann so ab der 12. und 13. Minute uns gefangen haben und auch angefangen haben, mutiger Fußball zu spielen. Ich glaube, dass wir ab der Phase dann, ja, dass wir das Spiel mehr unter Kontrolle hatten. Zumindest so bis zur 70. Minute, bis zu dem Zeitpunkt, solange uns die Kräfte gereicht haben. Wir wussten von vornherein, dass das heute hier eine sehr, sehr knifflige Aufgabe wird. Einfach aus dem Grund, weil wir sehr, sehr viele angeschlagene Spieler, Spieler mit Verletzung auf dem Platz haben. Wir Schlüssel-Kaliera Wir werden hier noch einig. Ich meine, Sie sehen alle, Fußball ist eine unfassbare Sportart, am Ende geht es ins Elfmeterschießen. Elfmeterschießen hat nicht mehr viel mit Fußball zu tun. Wir sind dann in dem Fall, ich glaube, wenn man die gesamten 120 Minuten betrachtet, um es kurz zu machen, ich glaube, wir hatten die etwas größeren Probleme mit der Kraft. Da war Fortuna zum Ende hin auch einfach dominanter und hatte mehr Ballbesitz. Ich glaube, was aber heute dann doch etwas mehr für uns spricht, ist, dass wir einfach eine größere Anzahl an klaren Torchancen haben. Wir haben schon vorher eine Torchancen zwischen Lukas Nordbeck zum 1-0, haben nachher durch Sebastian von Sampfen eine Chance zum 2-0 und durch Rheibering eine Chance zum 2-1. Insgesamt, was, glaube ich, dann aufgrund der Torchancen ist es, glaube ich, verdient. Aber es war ein sehr, sehr hartes Finale und ich bin stolz, dass es uns gelungen ist, mit diesem Titel die Saison zu beenden. Vielen Dank. Uwe, ihr habt am Ende knapp unterlegt und möchte ich mit der Schüssel deinen Blick auf das Spiel. Ja, weg vom Spiel, glaube ich, gilt es zuallererst mal, auch wenn mir das wirklich schwerfällt, natürlich die Viktoria zu gratulieren, meinen Kollegen zu gratulieren. Ich denke, wenn man am Ende eines solchen Wettbewerbs den Pokal wohnt, dann hat man das verdient getan und dann sollte man als Verlierer auch nicht groß rumdaventieren. Ich habe das Spiel so gesehen, dass es tatsächlich so war, dass es in den ersten Minuten so wirkte, wie in sehr, sehr vielen Saisonspielen, dass wir eine hervorragende Anfangsphase haben und diese Anfangsphase, ja, wirklich eine Wirkung, glaube ich, auch beim Gegner hinterlassen hat. Trotz alledem sind wir dort nicht in Führung gegangen. Was mir überhaupt nicht gefallen hat für ein Endspiel, also zumindest aus meiner Sicht war, dass die ersten 30, 35 Minuten aus meiner Sicht ein totales Ballbesitzspiel waren. Jede Mannschaft, die im Ballbesitz war, kam zu einer Chance, wenn es irgendwo noch 25 Minuten 3-3 steht. Ich glaube, da können sich beide Seiten nicht beschweren und es spricht dann nicht für uns und unsere Organisation gegen den Ball, unsere Aggressivität gegen den Ball. Ich habe totales Verständnis, weil es waren ganz, ganz extreme Temperaturen. Wenn man den ganzen Tag im Schatten sitzt, merkt man das nicht so, aber unten auf dem Platz war es prütend. Das hat so ein bisschen gegen, glaube ich jedenfalls, gegen unsere eigentliche Idee gesprochen, den Gegner permanent und frühzeitig unter Druck zu setzen. Das haben wir in vielen Drittligaspielen geschafft. Heute nicht so nachhaltig und dann ist das, was mein Kollege eben gesagt hat, tatsächlich ins Spiel gekommen und dass so ab der 30. tatsächlich bis zur 70. Minute wir das Gefühl hatten, dass nicht so wirklich Dramatisches passiert, aber wir einfach nicht mehr so diesen Zugriff aufs Spiel haben, auch teilweise aus meiner Sicht fast zu geduldig bei Ballbesitz gespielt haben, damit auch ein Stück weit italisch. In der Phase hatten wir jedenfalls keine klare Möglichkeit, um das Spiel zu entscheiden. Mit Sicherheit war es dann ein totaler Nackenschlag, das 0-1 in der Verländerung zu bekommen, denn dann wurde es natürlich ein totales Abtasten. Jeder hat ein Stück weit Angst vor dem entscheidenden Fehler gehabt. Gott sei Dank sind dann noch mal ins Spiel zurückgekommen. Ich bin auch der Meinung, dass die letzten zehn Minuten dann tatsächlich an uns gegangen sind und trotzdem an die größeren Chancen bei der Vittoria. Insofern glaube ich, wenn man es dann nach Torschancen aufrechnet, dann ist dieser Sieg und dieses eine Tor, wenn auch ein Elfmeterschießen, nicht unverdient. Das müssen wir akzeptieren, kann ich wahnsinnig schwer, aber muss ich tun. Und ich habe das vor dem Spiel gesagt, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Wir schleppen nun mal, weil wir in einer sehr, sehr unveränderten Formation noch die kommende Saison angehen werden, schleppen wir dieses Negativerlebnis mit uns herum. Ganz sicher nicht auf der Basis eines komplett schlechten Spiels, aber am Ende bist du eben Verlierer zum dritten Mal im gleichen Wettbewerb und das ist auf Deutsch gesagt scheiße. Dankeschön, Hans-Christian Olpen. Finaltag der Amateure, über 4000 Leute waren hier beim Wittburger Pokalfinale in Bonn. Sicht ist er von auf diesen Spieltag? Ja, wir sind sehr zufrieden. Das war eine Premiere in dieser Form, dass wir eben auch im Fernsehen live dabei waren. Und der Besuch war gut. Ich denke, das Wetter, vor allem die Wetterprognosen haben, um den einen oder anderen davon abgehalten zu kommen. Das wären wir noch mehr gewesen. Aber im Ganzen drumherum sind wir sehr zufrieden. Es ist alles sehr ordentlich gelaufen. War gut organisiert. Es gab keine Sicherheitsprobleme. Die Fans haben ihre Mannschaften angefeuert. Sie haben sich das gehört, leidenschaftlich. Aber sie haben sich alle im Zaun gehalten. Es ging uns friedlich, friedlich zu. Das Spiel dann beim Trainer, aus meiner Sicht, alles gesagt oder sagen muss. So habe ich es auch gesehen. Am Ende hat eben einer gewonnen. Das lässt sich mal nicht vermeiden im Pokal im Spiel. Und wer am Ende gewinnt, hat es auch verdient. Von mir hat es die Limpfung und Victoria zum Sieg. Als Kölner bin ich natürlich sehr froh, dass zwei Kölner im Finale waren. Aber ich hätte auch jeden anderen akzeptiert. Den zu verändern werden wir noch mal andere. Ja, und wir sind rundum glücklich. Das war ein verheißensvoller Auftrag. Diese Art von uns sind dann. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr wieder ein sehr einfaches Unspiel haben werden. Und wir haben noch besser gemacht. Tomek, heute dein letztes Spiel als Victoria-Trainer. Nimmt man dann so ein Sieg nochmal besonders in Erinnerung mit? Oder haken wir das dann auch einfach ab? Ich habe, ja, einfach kurz, als ich mich von der Mannschaft verabschiedet habe, ich habe den Jungs gesagt, ich habe anderthalb Jahre Tag und Nacht für diesen Verein gearbeitet, alles gegeben, was ich habe. Ich habe geguckt, dass ich aus dieser Gruppe junger Männer etwas Erfolgreiches schaffe. Das ist mir dieses Jahr in der Meisterschaft nicht so gut gelungen, wie ich es mir vorgenommen habe. Und natürlich ist es ein besonderes Gefühl, das Ganze mit einem Titel und auf diese Art und Weise zu beenden. Es freut mich unheimlich für den Verein, dass er nächstes Jahr wieder im DFB-Pokal repräsentiert werden kann. Ich drücke der Mannschaft und meinem Nachfolger die Daumen, nächstes Jahr in der Meisterschaft eine größere Rolle zu spielen, etwas weniger Pech zu haben und bis zum Ende um den Titel zu kämpfen. Uwe, zwischen den beiden Teams gab es ja am Spielfeldrand immer mal so ein bisschen Trouble, sage ich jetzt mal, ein bisschen salopp formuliert. Nach so einem Spiel ist das abgehackt oder schwirrt das jetzt noch so ein bisschen? Und wie kriegt man die dann wieder quasi runter? Ich glaube, dass er manchmal die Siegerherung gezeigt hat, dass zu so einem Derby, das hat ein Vorgänger von Thomas Kaczmarek ja nicht verstanden, dass es eben ein Derby ist. Dass da unfassbare Emotionen dazugehören, dass das dann auch mal ausarten kann. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Die Jungs, die sind natürlich sehr fokussiert auf dieses Finale und wollen es auf keinen Fall verlieren oder positiv ausgesprochen wollen, alles dafür tun, es zu gewinnen. Und in Verbindung mit negativen Erlebnissen, auf der anderen Seite mit positiven Erlebnissen, kann es dann auch mal ganz kurz über die Stränge schlagen. Aber ich denke, am Ende hat man gesehen, dass beide Mannschaften sich da wieder die Hand geben können. Man kann jetzt sicher darüber streiten, was am Ende dann von wem ausgegangen ist und ob es dann tatsächlich zu so einem Spiel dazugehört. Aber mir ist das deutlich lieber, dass wir hier ein Pokalentspiel und ein Derby erleben würden, als ein Pokalentspiel, was komplett emotionslos vonstatten geht. Dafür hätte ich keinen Verständnis als Traum. Danke, Hans-Christian. Wir haben es vor dem Spiel schon gehört, der Vertrag mit der Stadt Bonn wurde im fünf Jahr verlängert. Das heißt, auch die nächsten fünf Jahre sind wir hier im Sportpark Nord. Wie sieht das denn aus mit dem Finaltag der Amateure? Dieses Jahr war Premiere und wie geht das weiter? Wird es nächstes Jahr wieder so einen Versuch geben oder war es das dieses Jahr? Ja, ich gehe davon aus, dass es im nächsten Jahr so fortgesetzt wird. Hängt natürlich nicht allein von uns ab. Einmal müssen die anderen Landesverbände, was auch alle gefunden haben, häufig davon bin ich aber bezeugt. Wir waren den ganzen Tag mit TV-Präsenten, die Amateure entspielen. Das ist einmalig, hat es noch nie gegeben. Und es hängt natürlich von unseren Medienpartnern ab. Wenn die HD zum Schluss kommen sollte, dass sich das gelohnt hat, dass die Erwartungen erfüllt worden sind, dann wird sie sicher mit uns auch im nächsten Jahr wieder eine solche Veranstaltung machen. Ja, und was anderes kommt für mich eigentlich gar nicht in Betracht. Ich denke, das war ein Erfolg heute. Ich habe das heute tagsüber schon verfolgt. Ich war vorhin auch anderweitig unterwegs. Da liegt überall der Fernseher, auch im Radio, wurde dauernd geschaltet und bricht im WDR über den Zwischenstand bei den Spielen, die sehr sehr liefen. Also das haben heute alle mitbekommen, Leute, dass das das Partakt der Amateure ist. Und ich denke, das wird eine feste Marken werden. Dankeschön. Gibt es aus der Runde noch Fragen an die beiden Trainer bei den Vizepräsidenten? Ich komme jetzt zu Ihrem Abschied. Was wünschen Sie der Rektor jetzt als Gegner im Pokal der FC? Können Sie uns ja schnell bereit? Noch ein bisschen das nächste Werbiger? Ich wünsche dem Verein, habe ich eben gesagt, nur das Beste. Und was kommt, das kommt. Wichtig ist, glaube ich, bloß, wo man eine Chance hat, eine Runde weiterzukommen. Aber das liegt nicht mehr in meiner Meinung. Weiter? Komek, zeichnet sich jetzt schon ab, wie es bei dir persönlich weitergeht? Vom Lehrgang jetzt mal abziehen, was für eine Pause als Trainer einlegen? Ich will heute gar nicht über meine Zukunft sprechen. Es geht hier um den Verein und meine Pläne sind soweit bekannt. Deswegen lasst uns dabei bleiben, bitte. Vielleicht eine Frage an beide Trainer. Ihr wart ja mitten dabei, die Szene nach dem 1-1. Was ist da auf den Bänken passiert? Ich glaube, zwei, drei Spieler wollten Drittos tauschen und das wurde unterbunden. Ich habe es genauso gesehen. Gibt es noch weitere Fragen aus der Runde? Das sieht nicht so aus. Dann vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit bei der Pressekonferenz. Ja. 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 Ja.